Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen ESO-Video. Ich bin's wieder, euer Lexus, und wir gucken uns heute an, wie das denn eigentlich in Zukunft so aussehen wird in Zelda Souls Online mit dem nächsten Update, Update 31 Waking Flames. Wir gucken uns heute also den etwas trockeneren Teil an, und zwar einen Teil der Patch Notes. Wir werden allerdings auch ein bisschen Ingame-Material zeigen, denn ich hab den Test-Haver natürlich schon für euch installiert und möchte euch Ingame zeigen, was sich so an den Skills ändert. Darum geht es heute auch hauptsächlich in diesem Video hier. Wir sprechen darüber, was ändert sich an Skills und ein bisschen oberflächlich, was ändert sich an den Sets, denn das ist gar nicht mal so viel dementsprechend. Lasst uns loslegen. Ich würde sagen, wir switchen direkt mal in den Browser. Da habe ich das Ganze nämlich für euch vorbereitet. Hier an dieser Stelle also die Patch Notes aus dem offiziellen Forum. Ja, wie sieht es da jetzt nun genauso aus? Wie läuft das so? Wir gucken uns das hier auf Englisch an, aber ich werde es euch alles auf Deutsch übersetzen. Aktuell waren leider noch keine deutschsprachigen Patch Notes verfügbar. Ja, also das nächste Update, Waking Flames, wird ungefähr in 5-6 Wochen erscheinen, und zwar am 23. August für PC und am 31. August für Konsolen. An dieser Stelle hier also, ja, wann das nächste Update ist, füße ich doch ein bisschen hin. Es ist also die erste PTS-Woche, die erste öffentliche Test-Tester-Woche. Es kann sich also noch einiges ändern. Und ihr seht, es gibt einiges an Änderungen hier. Wir werden in diesem Video jetzt hier nur die betrachten, die ich als, ja, ein bisschen allgemeiner sehe. Denn es gibt noch viele, viele coole Sachen, zu denen jetzt mehrere Videos in den nächsten paar Tagen erscheinen werden. Zum einen wird es neue Häuser geben, die ich jetzt auch zeigen kann. In dem Video vom Wochenende gab es leider noch keine Infos zu den Häusern, außer dass es zwei neue Häuser geben wird. Mehr als diesen einen Satz gab es leider nicht. Jetzt kann ich sie euch auch tatsächlich zeigen in einem der zukünftigen Videos, die hier auf dem Kanal erscheinen werden. Es gibt noch einige Ingame-Änderungen und zwar auch sehr, sehr coole Sachen. Ich würde auch sagen Game-Changer-Sachen auf jeden Fall, die vor allem für alle interessant sind, denn es handelt sich dabei um Base-Game-Änderungen. Diese auch nochmal dann in einem separaten Video, damit das hier heute nicht den Rahmen sprengt. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video eine kurze, knappe Übersicht über die Änderungen im Combat-System bzw. bei den Fertigkeiten geben. Und da fangen wir an dieser Stelle hier auch an. In diesem ersten Bereich geht es darum, dass sie jetzt in Zukunft ein bisschen dafür sorgen wollen, dass die Fertigkeiten alle sich ein bisschen hybridiger anfühlen. Das heißt also, sie möchten in die Richtung gehen, dass Hybrid-Charaktere bzw. passive sowohl Sachen für magische als auch für physische Sachen zur Verfügung stellen. Anfangen tun wir da mal bei den Rüstungsarten. Die mittlere Rüstung ergibt jetzt also zum Beispiel nicht nur Waffenkraft, sondern auch Magiekraft pro getragenes Rüstungsteil. Das können wir uns auch gerne Ingame mal ein bisschen genauer anschauen. Da habe ich nämlich das Ganze hier schon für euch einmal vorbereitet. Da gehen wir einmal rein und gucken uns an, was das denn eigentlich bedeuten mag. Ja, und wer sich das schon vorab ein bisschen früher anschauen möchte, der kann gerne auf twitch.tv slash alex.ns vorbeischauen. Da haben wir uns das nämlich schon gestern am Dienstag hier angeschaut. Ja, was bedeutet das also? Also in Zukunft gibt es Magie und Waffenkraft. Ein bisschen laut übrigens der Sound hier gerade noch im Hintergrund, so wie ich das hier wahrnehme. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so rüberkommt. Aber bei mir ist es auf jeden Fall ein bisschen laut. Deswegen mache ich das Ganze mal ein bisschen angenehmer für uns. Ja, was auch bei mittlerer Rüstung jetzt einhergeht, wir haben keine erhöhte kritische Wahrscheinlichkeit mehr. Also keine kritische Prozentzahl, die sich bei uns erhöht, sondern die sinkt. Die gibt es jetzt nicht mehr bei mittlerer Rüstung. Dafür erhöhte kritische Effizienz und zwar gleich 2%. Das muss man schauen, wie sich das genau auswirken wird. Wir werden immer noch mindestens 40, 50% kritische Wahrscheinlichkeit haben, wenn nicht sogar mehr als Ausdauercharaktere. Also steigt nicht gleich auf die Barrikaden. Ich sage dazu gleich noch ein bisschen was, was ich dazu denke. Also jetzt in Zukunft weniger kritische Wahrscheinlichkeit dafür, erhöhte kritische Effizienz. Das wird Plus, Minus, Null wahrscheinlich rausgehen. Ich zeige euch auch gleich, was meine Denkweisen dazu sind. Bei der leichten Rüstung ändert sich auch einiges und das wird jetzt auch für uns Ausdauerspieler interessant. Und zwar kriegen wir jetzt nicht nur magische Durchdringungen, sondern auch physische Durchdringungen in Zukunft über die leichte Rüstung. Interessant, behalten wir das mal im Hinterkopf. Des Weiteren kriegen wir jetzt hier nicht nur kritische Magietrefferwahrscheinlichkeit, sondern sowohl magische als auch Waffentreffer kritische Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das, was die mittlere Rüstung verliert, bekommt die leichte Rüstung dazu. Und dafür kriegt die mittlere Rüstung ein paar andere individuelle Standings, die die leichte Rüstung nicht zur Verfügung hat. Wir haben also jetzt bei der mittleren Rüstung rohe Waffen- und Magiekraft, erhöhte kritische Effizienz und bei der leichten Rüstung haben wir Durchdringung und erhöhte kritische Wahrscheinlichkeit. Beim Wehrwolf ist es so, da gibt es eine Passive, die die Waffenkraft um 15% erhöht, solange man in der Wehrwolf-Form ist. Bis jetzt erhöht diese auch die magische, den Magieschaden um 15%. Der Drachenritter hat eine Passive, die ihn 3300 magische Resistenz zur Verfügung stellt. Diese Passive wird geändert in sowohl 1650 magische als auch 1650 physische Resistenz, also quasi 50-50. Eine sehr ähnliche Änderung hier beim Templer an dieser Stelle auch. Und zwar hat der ursprünglich 6% mehr Waffenkraft gegeben. Jetzt gibt er 6% mehr Magie und Waffenkraft, also ein Templer-Buff. Und es hat 2640 magische Resistenz gegeben. Jetzt bekommen wir 1320 magische und physische Resistenz. Eine weitere spannende Änderung ebenfalls in Richtung dieses hybriden Weges. Die Krieger-Gilden-Fertigkeiten geben jetzt nicht nur 3% mehr Waffenkraft, sondern auch 3% mehr Magiekraft hier an dieser Stelle. Das gleiche auch beim Dämmerbrecher. Dieser hätte ich auch gleich mal hier reinziehen können. Jetzt kommen wir nämlich zu den ersten aktiven Fertigkeiten, die sich ändern. Der Dämmerbrecher gibt einem jetzt an dieser Stelle nicht nur 300 Waffenkraft, wenn man ihn wirkt. Nein, er gibt einem jetzt auch 300 Magiekraft. Das sind alles sehr, sehr spannende Sachen. Was ist meine Meinung zu diesem Weg in Richtung hybride Charaktere bzw. diese Balancing-Änderung? Nun, der Titel sagt schon einiges über die ersten paar Stimmen, die ich gehört habe, aus, nachdem diese Änderungen veröffentlicht wurden. Denn natürlich wurde gleich rumgeheult. Oh nein, die mittlere Rüstung verliert ihre kritische Wahrscheinlichkeit. Oh, wir werden, wir werden alle, alle Austauschspieler werden. Bedenkt bitte, dass auch Ausdauerspieler leichte Rüstung durchaus spielen können. Es gab nur bis jetzt keine Argumente dafür. Ein Argument, leichte Rüstung zu spielen, wäre jetzt aber pro leichtes Rüstungsteil 939 physische Durchdringung. Durchdringung eine Sache, die Ausdauerkharakteren ganz stark fehlt. Einer der Gründe, warum sie im Endgame aktuell weniger mitgenommen werden, denn es gibt einfach für Magiercharaktere nicht so viel zu optimieren in einer Endgame-Raid-Gruppe. Zumindest was Durchdringung angeht. Dafür gibt es dort andere Sachen, die man optimieren kann. Das macht es also jetzt hier an dieser Stelle einfacher. Es wäre also durchaus denkbar, dass man auch als Ausdauerkharakter jetzt eher, sagen wir mal, in den meisten Fällen, wenn ihr zwei mittlere Rüstungssets spielt, dann werdet ihr vermutlich sechs Teile Mittel tragen. Denn es gibt ja noch das Mythic-Item, Watt Killed, das neue Nonplusultra für Schadensausteiler. Nicht jeder hat es, aber diejenigen, die es haben, die haben ein weiteres mitteliges Rüstungsteil. Ihr seid also dazu gezwungen, sechs mittlere Rüstungsteile zu spielen. Könnt jetzt aber dann ein leichtes Rüstungsteil mitspielen. Was bedeutet das? Ein leichtes Rüstungsteil heißt, wir bekommen knapp 1000 Durchdringung. Wir könnten also zum Beispiel eine präzise Waffe spielen. Also keine geschärfte Waffe mehr, sondern eine präzise Waffe. Das heißt, wir sind plus minus wieder bei einem sehr ähnlichen Crit-Wert wie davor. Denn wir kriegen ja durch das eine leichte Rüstungsteil auch kritische Wahrscheinlichkeit dazu. Es ist also ein Buff. Oder man könnte es als Buff auslegen, aber zumindest ist es kein Minus. Vermutlich wird es auf kein Minus hinauslaufen. Denn was jetzt neu dazu kommt, ist ja die erhöhte kritische Effizienz. Die hatten wir davor gar nicht. Die kommt jetzt mit dazu. Das muss man alles im Hinterkopf behalten. Denn nur weil die mittlere Rüstung ihre kritische Wahrscheinlichkeit verliert, heißt es ja nicht, dass sie automatisch schlechter wird. Im Gegenteil, sie bekommt neue Werte dazu, die es davor über Rüstungsarten nicht zu bekommen gab. Dementsprechend eine sehr spannende Änderung. Das gleiche gilt natürlich auch andersrum für Maika-Spieler. Maika-Spieler fehlt häufig der Magie-Schaden. Wir haben insgesamt immer ein bisschen weniger Magie-Schaden als Waffenkraft. Was zum Beispiel die sogenannten Proc-Sets, die ja abhängig davon eine Stärke entwickeln, wie viel Magiekraft oder Waffenkraft einem zur Verfügung steht. Das macht es halt nicht so noch nicht attraktiv auf einem Maika-Charakter, ein Proc-Set zu spielen. Zumindest im PvE. Warum? Naja, weil Sets mit rohen Werten wie Muttertränen oder Seroria viel besser performen als ein Set, was selbst Schaden verursacht. Wie zum Beispiel Sahn oder ähnliche Sets. Dementsprechend könnte das jetzt in Zukunft interessanter werden. Denn natürlich können sich auch leichte Rüstungsspieler jetzt überlegen, ob sie vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Teile mittlere Rüstung spielen wollen, um dann auf mehr Magiekraft zu kommen. Also eine sehr, sehr spannende Änderung, die unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten mit sich bringt. Jemand, der in seinen Denkweisen eingeschränkt ist und sagt, ich will aber als Ausdauercharakter mittlere Rüstung spielen oder ich will aber als Magier leichte Rüstung spielen, der hat dann vielleicht ein Problem. Aber die Leute, die erkennen, dass die Stärke darin die Vielfalt ist, die werden sagen, hey, das ist ja eigentlich eine ganz coole Änderung. Und das ist auch meine Meinung zu dem Thema, denn ESO hat ja das Thema, das allgemeine Thema, Spiel, was du möchtest. Und das unterstützt halt mehr dieses Spiel, was du möchtest. Dementsprechend, wie ich finde, eine sehr, sehr coole Änderung. Man kann sie sowohl, ich verstehe die einen, die das sagen, ich verstehe die anderen, die das sagen. Ich bin aber positiv von dieser Sache überrascht an dieser Stelle hier. Stamina Klassen könnten also in Zukunft wieder interessanter werden, mit denen man vielleicht mittlere, leichte Rüstung mischt und vielleicht wieder einen präzisen Dolch mitnimmt. Man muss auch bedenken, es gibt ein neues Set, was ich in einem extra Video erwähnen werde. Und zwar ein Set, was Alkosch sehr, sehr stark ähnelt. Es gibt ein, sogar einfacher als bei Alkosch, 3500 Durchdringung, ein sehr interessantes Support-Set an dieser Stelle hier, was ebenfalls mit dazu kommt. Also es gibt vielerlei Gründe, warum man die Änderungen der Rüstungsarten nicht kritisch, sondern positiv sehen sollte, nach meiner Meinung zumindest. Soweit, so gut. Erstmal dazu kommen wir zu den einzelnen Klassenänderungen. Ich gehe dazu einmal wieder hier rüber, denn die nächste Änderung habe ich mir nicht im Spiel hier für euch geöffnet. Und switchen wir also hier rüber. Das, was ich euch jetzt gerade hier im Spiel gezeigt habe, beinhaltet all das, was ihr jetzt hier gerade sehen könnt. Und jetzt kommen wir zu den ersten spannenden Änderungen. Beim Drachenritter und beim Nekromanten gibt es tatsächlich nichts Großes. Die Nachtlinge erhält eine Überarbeitung, die allgemein mit dem Thema der Nachtlinge einhergeht, viel weniger aber mit der Klasse selbst. Und zwar wird der Stealth, also die Unsichtbarkeit und das Tarnungssystem, wird überarbeitet. Man kann jetzt nicht mehr von Schaden über Zeit oder Flächenschaden aufgedeckt werden, sofern dieser Flächenschaden bzw. Schaden über Zeit kein direkter Schaden ist. Wenn ihr also Flächenschaden macht, der direkten Schaden macht, könnt ihr weiterhin Gegner aus der Unsichtbarkeit herausholen. Macht ihr aber Schaden mit Überzeiteffekten, dann kriegt der Gegner zwar Schaden, aber ihr, derjenige, der Schaden macht an dem Gegner, seht weder die Schadenszahlen, noch deckt ihr damit den Gegner auf. Ich bin nicht so erfreut von dieser Änderung, denn ich muss tatsächlich sagen, ich finde aktuell im PvP gibt es zwei Extreme. Einmal die Tank-Extreme und einmal die Gangblades und Bombblades und die sind alle so ein bisschen als Glaskannon unterwegs. Und auch die Zauberer haben einiges Potenzial, diese Glaskannon-Builds auszuüben. Und bei den Nachtlingen gibt es jetzt hier also an dieser Stelle einen Buff, indirekt, der nicht mit der Klasse einhergeht, aber mit der Art und Weise, wie hier der Stealth funktioniert. Ich bin davon nicht unbedingt der Fan, ich kann aber auch verstehen, dass es viele Fans davon geben wird. Ich mag einfach die Klasse der Nachtlingen nicht so sehr, es tut mir leid, aber im PvP seid ihr einfach eklige Gegner. Vielleicht bin ich auch nicht kompetent genug, um Nachtlingen gut auszukontern. Aber so verliert zum Beispiel meine Lieblingsklasse, der Templer, jetzt hier eine Möglichkeit, Nachtlingen auszukontern, denn seine Flächen decken nicht mehr sofort auf. Die Speere schon, aber die restlichen Flächen nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz eine Änderung, die der ein oder andere sicherlich positiv sehen wird. Eine weitere Änderung, die auch damit einhergeht, ist die Überarbeitung der Überladungsultimativen Fertigkeit vom Zauberer. Das ist diese Sturm-Zauberer-Fertigkeit, wo ihr so Blitzgedöns an euren Händen bekommt und dann verwandeln sich eure leichte und schwere Angriffe in so eine Art Blitzmeteore oder wie auch immer man die nennen möchte. Blitzkugeln auf jeden Fall. Und die leichten Angriffe haben davor, wenn man einen leichten Angriff auf ein Ziel gemacht hat und man war selbst unsichtbar, dann wurde man erst aufgedeckt, wenn das Ziel getroffen wurde. Was gar keinen Sinn macht, weil ein riesiger Blitzball fliegt auf einen zu und man wird ja wohl sehen, aus welcher Richtung dieser riesige Blitzball kommt. Das hat sich CD-Max auch gedacht. Es macht absolut keinen Sinn, einen riesigen Blitzball auf seinen Gegner zu schießen und nur wenn der Blitzball ankommt, wird man aufgedeckt. Deswegen jetzt hier an dieser Stelle die, in Anführungsstrichen, Glass Cannon Builds des Zauberers ein bisschen geschwächt. Man wird jetzt sofort aufgedeckt, sobald man einen leichten Angriff mit der Überladung abfeuert. Kommen wir zu den nächsten spannenden Änderungen. Die betreffen hier an dieser Stelle wieder den Templer und auch wenn ich ein kleiner Templer-Fanboy bin, sehe ich die Änderung als etwas zu krass an. Ich erkläre euch jetzt auch an dieser Stelle hier, warum ich das so sehe. Wir haben die erste Änderung und zwar Rückwirkungen oder auch die beiden Weiterentwicklungen von Rückwirkungen kopieren jetzt nicht mehr nur 20% des Schadens, sondern bis zu 50% des Schadens, den man macht innerhalb von 6 Sekunden. Es handelt sich dabei also so eine Art Aufbaufertigkeit. Man wirkt die, macht dann Schaden mit anderen Sachen und wenn die Fertigkeit explodiert, macht man so eine Art richtig fetten Sofortschaden. Das ist ziemlich, ziemlich nicer Effekt auf jeden Fall. Und das ist eine Fertigkeit, die auch jetzt schon vor allem im PvP sehr beliebt ist, denn sie ist durchaus stark und nicht so einfach vorherzusehen. Nun ist es aber so, dass diese Fertigkeit jetzt, wenn man bedenkt, stellt euch vor, 20% Kopier der Schaden entsprechen ja 100% des Schadens im letzten Patch. Daraus wäre jetzt 50%. Wenn man 50 durch 20 teilt, wird ganz schnell klar, das ist ein Buff von 150%, denn die Fertigkeit ist jetzt 2,5 mal so stark wie im letzten Patch. Das ist ganz einfache Mathematik an dieser Stelle hier. Klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ihr könnt euch einfach merken, diese Fertigkeit wurde um 150% gebufft. Und jeder, der ein bisschen Mathematik kann, denkt sich, Alter, 150%, das ist doch eine ganze Menge. Vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, das denke ich mir auch. Auch wenn ich gerne den Templer spiele, denke ich, diese Überarbeitung ist vor allem für PvP ein bisschen zu krass. Im PvE könnte es dadurch nice werden, denn Ausdauertempler und Magical Templer, wenn sie im Nahkampf unterwegs sind, machen eigentlich nichts anderes, als ihre Speere benutzen. Wenn man jetzt mal wieder Rückwirkung benutzen müsste, dann wäre das eigentlich ganz schön. Dann würde mal wieder ein bisschen Abwechslung in die Rotation reinkommen und die würden zwar ein bisschen komplizierter werden, aber das Gameplay hat sich früher sehr, sehr schön angefühlt mit dieser Fertigkeit. Seit einiger Zeit spielt man sie ja nun nicht mehr. Für PvE also eventuell eine gute Änderung, für PvP ein bisschen on the top. Ich denke, 30% oder 35% kopierter Schaden hätten es auch getan fürs Erste. Sollte das nicht reichen, kann man es ja im Nachhinein nochmal ausprobieren. Denkt dran, keiner dieser Fertigkeiten, so wie sie jetzt hier sind, muss so auf den Live-Server kommen. Es kann sein, dass es da noch einige an Änderungen gibt. Als nächstes gibt es Strahlende Unterdrückung. Strahlende Unterdrückung ist eine Weiterentwicklung vom sogenannten Jesus Beam, so wie ihn viele Templer gerne nennen. Diese Fertigkeit macht aktuell auf dem Live-Server bis zu 480% mehr Schaden, in Abhängigkeit vom Gegnerleben. Plus nochmal, ich glaube, 30-50% mehr Schaden, in Abhängigkeit eurer aktuellen Magiker. Nicht eurer maximalen Magiker, sondern die Magiker, die ihr gerade im Kampf zur Verfügung habt. Das sorgt dafür, dass ein Templer immer das bestmögliche, also vor allem Magiker-Templer halt in dem Falle, immer das bestmögliche Ressource-Management haben möchte. Damit ihr in der Endkampfphase, wenn der Boss schnell sterben soll, so viel wie möglich Magiker habt, damit diese Fertigkeit so viel wie möglich Schaden macht. Ein Set, was aktuell sehr, sehr stark ist im Magiker-Sektor, konnte dadurch nur sehr schwer auf Magiker-Templer gespielt werden, und zwar Bashis Mani, wie auch immer man es aussprechen möchte. Denn dieses Set hat euch erhöhten Schaden gegeben, in Abhängigkeit dazu, wie viel Magiker euch noch zur Verfügung steht. Desto weniger Magiker, desto mehr Schaden. Ein sehr, sehr starkes Set, nicht ganz so einfach zu kontrollieren, man muss damit ein bisschen spielen können, aber ein erfahrener Spieler konnte so sehr viel Schaden rausholen. Überall, außer auf dem Magiker-Templer, denn da wollte man das Set nicht unbedingt spielen, denn die Fertigkeit Jesus Beam hat ja darunter gelitten, wenn man Bashis Mani gespielt hat. Man wollte also immer so viel wie möglich Magiker haben, man konnte dieses neue leichte Rüstungsset aus dem neuen Redfell sein, also als Magiker-Templer, eher nicht oder selten benutzen. Nun wird diese Sache geändert, die Fertigkeit skaliert jetzt nicht mehr mit eurer aktuellen Magiker, hat dafür allerdings einen Schaden, der bis zu 500% erhöht ist, also statt 480, plus 30, 40, 50, 500% und dabei bleibt's. Und das an dieser Stelle hier finde ich eine sehr, sehr gute Änderung, denn dadurch kann halt eben besagtes Set jetzt auch durchaus auf dem Magiker-Templer gespielt werden. Ja, also dementsprechend, das halte ich für einen guten Buff. Ich weiß noch nicht, wie der sich im PvP auswirken wird, da könnte es vielleicht wieder ein bisschen zu krass sein, muss man mal gucken im PvE, aber durchaus, denke ich, eine gut gebalancete Änderung an dieser Stelle hier, die durchaus lobend hervorzuheben ist. Soweit, so gut, jetzt gucke ich hier mal ein bisschen durch, was ja auch in meinem schönen Buch drinsteht. Wir haben über die Templer-Sachen gesprochen, das waren die interessanten Klassenänderungen, über die ich mit euch sprechen wollte. Ja, ich gehe hier nochmal ein bisschen rüber und zeige euch den Spaß hier nochmal. Also, das waren die interessanten Klassenänderungen. Es geht jetzt nur noch mit ein paar oberflächlichen Mini-Buffs und Nerfs weiter, aber im Prinzip ja jetzt nichts Großes. Jetzt geht's erst bei den spannenden Sachen wieder weiter, und zwar bei den passiven. Und dazu, wir gehen auch wieder ins Spiel, weil das hier ist zwar schön und gut, dieser Text hier, aber ich glaube, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Für euch ist auch das Ganze im Spiel nochmal zu sehen ein bisschen angenehmer. Deswegen wollte ich kein langweiliges Patch-Notes-Video daraus machen. Wir machen es also ein bisschen spannender, gucken uns die Sachen hier im Spiel ein bisschen genauer an und anfangen möchte ich da mit dem Zerstörungsstab. Und zwar, der Zerstörungsstab kriegt eine überarbeitete passive Fertigkeit. Und zwar ist es so, dass Flammenstäbe 8% mehr Einzelziel schaden. Jetzt machen sie 10% mehr Einzelziel schaden. Und Blitzstäbe machen 8% bzw. jetzt 10% mehr Flächenschaden. Also ein kleiner Buff, der ist ziemlich, ziemlich nice. Ich begrüße den. Jetzt werden alle sagen, aber was ist denn mit meinem Frostmagier? Ja, ich will doch auch geil Spaß haben und mehr Schaden machen. Das war ein bisschen schwer umzusetzen, denn der Froststab ist ja im Spiel so ein bisschen der Tank-Zerstörungsstab. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem einige Leute, die gerne Froststab spielen wollen, auch auf einem Schadensausteiler. Und Senemex hat da eine ganz gute Möglichkeit gefunden, das zu umzusetzen. Und zwar haben sie es umgesetzt über die Fertigkeit zerstörerische Faust. Das ist die Variante vom sogenannten Zerstörungsstab-Fernkampf-Spott, die nicht verspottet, sondern eine ganz normale Spam-Attacke ist. Diese Spam-Attacke macht jetzt mit dem Froststab 80% mehr Schaden. Könnte also ziemlich stark sein, könnte ziemlich interessant sein. Also an dieser Stelle hier eine ganz nice Änderung, wie ich finde. Und eine gute Idee, wie man das Ganze ein bisschen balancen kann. Auch wenn man dann auf diese spezielle Fertigkeit zurückgreifen muss, wenn man Interesse am Froststab hat. Muss man nicht, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Des Weiteren wurde die erste Fertigkeit bei den Einlandwaffen überarbeitet, und zwar Blutoost. Blutoost ist jetzt so eine Art Speere vom Templar. Ihr kennt ja vielleicht die Malka-Speere vom Templar. Das ist jetzt die Ausdauer-Variante. Die Malka-Variante heilt passiv, wenn ihr Schaden macht mit ihr. Und das Gleiche hat diese hier früher auch schon getan, aber immer nur beim letzten Treffer. Der letzte Treffer hatte also bei Blutoost die Möglichkeit, euch zu heilen. Jetzt heilt euch jeder Treffer. Ziemlich nice Überarbeitung für Leute, die ein Überlebens-Ausdauer-Bild spielen wollen. Und weiter geht's auch gleich mit weiteren Überlebens-Skills. Da stellt sich die Frage, ist jetzt nun wirklich die Kluft zwischen Malka und Ausdauer größer geworden? Mit der Überarbeitung der Rüstungsarten? Ich glaube nicht. Die ist nicht größer geworden. Denn eines der großen Probleme von Ausdauerkarakteren ist, sie können sich, sie heilen sich hauptsächlich im Nachhinein und können sich nicht chillen. Das macht sie nicht so anfängerfreundlich. Aber eine Fertigkeit, die von vielen unterschätzt wird, ist die Fertigkeit Schläger. Diese gibt einem nämlich einen großen Schadenschild, um nicht zu sagen, einen der größten Schadenschilde im Spiel. Wissen viele nicht. Nun ist es so, dass nicht nur Schläger im nächsten Patch euch diesen Schild geben wird, sondern alle drei Varianten, beziehungsweise Trennen und die beiden Weiterentwicklungen, geben einen jetzt hier an dieser Stelle den Schadenschild. Der Schadenschild von Schläger ist nun lediglich um 7% höher als der Schadenschild von Schnitzer. Auch wenn die Werte jetzt gerade die gleichen sind, lasst euch davon nicht ablenken. Sollte prinzipiell so sein. So steht es zumindest in den Patch Notes. Eine weitere coole Sache, die damit dazukommt, Schnitzen war eine Fertigkeit, die man viel in großen Gegnergruppen genutzt hat. Ja, also in Gegnergruppen, in Raids oder so, da hat man das viel benutzt, um Blutungsschaden auf die Gegner zu bekommen. Man hat eher weniger auf Trennen zurückgegriffen, äh, auf Schläger zurückgegriffen. Schläger war eher interessant im Solo-Content. Nun gibt ein Schnitzen ja auch den Schadenschild, so ähnlich wie Schläger. Aber Schnitzen hatte immer ein großes Problem. Der Blutungsschaden von Schnitzen wurde immer zurückgesetzt, sobald man es ein zweites Mal gewirkt hat. Es lohnte sich also nicht, diese Fertigkeit zu spammen. Nun stackt der Blutungsschaden bis zu dreimal. Ihr könnt also Schnitzen dreimal hintereinander wirken und macht dreimal Blutungsschaden über 10 Sekunden. Das ist ziemlich nice und endet in und resultiert in ziemlich viel Schaden. Könnte also eine ziemlich interessante neue Spammable werden. Auf jeden Fall in kleinen Gegnergruppen noch stärker als davor eh schon. Und, äh, vielleicht auch tatsächlich auch in Standard-Builds. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Dann gibt es Änderungen bei den Gilden. Und zwar, Magier- und Kriegergilde kriegen jetzt eine optimierte, schrägstrich verbesserte Option, um Leute aus dem, ähm, aus dem Stealth, also aus der Unsichtbarkeit, aus der Tarnung rauszuholen. Die Tarnung wurde ja überarbeitet, gestärkt in Anführungsstrichen. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, um was dagegen zu setzen. Und zwar hat Magiergilde Licht und, ähm, Meisterjäger jetzt eine erhöhte Reichweite. Tickt öfter pro, also ich glaube, einmal alle 0,5 Sekunden, wenn gegen dann eure Umgebung aufgedeckt. Wenn sie aufgedeckt wurden, können sie vier Sekunden lang nicht mehr unsichtbar werden. Also ziemlich, ziemlich nice Sache hier an dieser Stelle. Als Konter sozusagen im PvP. Ich finde die Sache ganz cool. Hat man sich auf jeden Fall irgendwie was beigedacht, hat man das Gefühl. Ja, Krieger-Gillen-Skills. Wir haben ja gerade schon über neue potenzielle Spammables gesprochen. Krieger-Gillen-Skills werden jetzt vielleicht in Zukunft auch interessanter. Ich würde es mega geil finden. Und, also, vielleicht ist es nicht metatauglich. Mag ja sein. Aber ich glaube, es wäre sehr, sehr lustig, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Bolzen, also die Armbrust, als Spammable zu benutzen. Ich würde das mega lustig finden. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich würde das feiern. Und eine Sache, die das unterstützen könnte, ist die überarbeite Fertigkeit geübter Spurenleser. Geübter Spurenleser erhöht nun den Schaden von allen Krieger-Gillen-Fertigkeiten um 10%. Wenn ihr gegen Vampire oder Wehrwölfe spielt, dann sogar um 20%. Das ist ziemlich krass. Davor wurde der Schaden nur gegen Vampire und Wehrwölfe erhöht. Jetzt wird der Schaden allgemein von allen Krieger-Gillen-Fertigkeiten erhöht. Sehr, sehr geile Überarbeitung, wie ich finde. Dadurch wird Bestienfalle stärker und relevanter. Aber man spielt sie ja eh schon. Vielleicht auf Maika-Charakteren trotzdem jetzt interessant. Denn man kriegt ja jetzt auch 3 Magiekraft dazu. 3% mehr Magiekraft, wenn man eine Krieger-Gillen-Fertigkeit nutzt. Und Silberbolzen, wie gesagt, eventuell Spammable. Ich würde es lustig finden. Ich denke, es wird nicht dazu kommen. Aber ich würde es trotzdem irgendwie cool finden. Ich weiß auch nicht. Nächste Überarbeitung. Und zwar für Bombblades besonders interessant. Die Maika-Detonation hier an dieser Stelle. Maika-Detonation, eine Fertigkeit, die von Maika-Nachtling im PvP sehr, sehr gern gespielt wird. Diese wird gegen einzelne oder kleinere Gruppen schwächer. Und gegen größere Gruppen stärker. Denn die springt jetzt quasi immer über, wenn sie explodiert. Was eine ziemlich mächtige Änderung ist. Mal gucken, wie mächtig das gegen Großgruppen sein wird. Auf jeden Fall gegen einzelne bzw. kleine Gruppen schwächer. Und gegen Großgruppen stärker. Man merkt, Senemax möchte gerne gegen die sogenannten Ball-Groups, also die besonders großen Großgruppen, vorgehen. Ja, so weit, so gut. Erstmal hier zu diesen Änderungen. Jetzt gehen wir wieder rüber in die Textform. Denn das waren die Sachen, die ich euch ingame jetzt großartig hier zeigen konnte. Gehen wir also wieder hier rüber. Und wenn dir das Video bis hierher gefallen hat und du es bis hierher schon geschafft hast, dann lass doch gern mal ein kostenloses Abo da, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, rund um The Elder Scrolls Online. Und wenn dir das gefällt, wie ich das Ganze hier aufbereite. Ja, das haben wir jetzt hier alles durchgesprochen. Man glaubt es kaum. Eine ganze Menge Änderungen, die hier insgesamt reinkommen. Und das habe ich versucht, euch ingame zu zeigen. Ich hoffe, euch hat das gut gefallen an dieser Stelle hier. Hier, Champion-Punkte, gucken wir uns noch in einem Extra-Video an, gucken wir uns als nächstes die Sachen rund um Sets und Glyphen an. Das ist, denke ich mal, das Nächste, was hier an dieser Stelle ganz spannend sein wird. Ja, und eine Sache, die überarbeitet wurde, ist die prismatische Glyphe. Es ist ja aktuell so im Spiel, alle prismatischen Schmuck- und Rüstungsverzauberungen geben einen sogenannten Triple-Effekt. Also, man kriegt Malka-Regulation, Ausdauer-Regulation, Lebensregulation für Schmuck oder Malka-Ausdauer- und Leben für Rüstung. Und das Einzige, was da in dieses Schema nicht so reinpasst, ist die prismatische Waffenglyphe. Diese hat nämlich erhöhten Schaden gegen Untote in Dedra gemacht. Ich fand sie deswegen sehr, sehr cool, weil man sie situativ gegen bestimmte Bosse einsetzen konnte. Zum Beispiel gegen die Atrenachen in den Raids oder aber zum Beispiel auch beim Endboss der Marsch-Dem-Arena. Ja, so war dort die prismatische Glyphe. Nochmal ein kleines Schadensplus, nice to have, aber kein must have. Wenn man sich aber spezialisieren wollte und mal ein bisschen, ja, rumexperimentieren wollte, war es eine coole Möglichkeit, seinen Schaden zu erhöhen. Diese Glyphe stirbt nun mit der nächsten Änderung. Und zwar stellt sie nun Malka-Leben- und Ausdauer her. So ähnlich wie die normalen Malka-Raub- oder Ausdauer-Raub- oder Lebensraub-Glyphen. Bloß halt halb so stark und dafür alle drei Effekte. Ich bin da nicht so der Freund von. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich hätte mich gefreut, wenn die prismatische Waffe so geblieben wäre, wie sie war, beziehungsweise die prismatische Verzauberung. Es gab jetzt hier noch einige Set-Überarbeitungen. Viele dieser Set-Überarbeitungen sind aber so kryptisch formuliert, dass man sie tatsächlich testen muss, um zu sagen, ob das jetzt eine gute Änderung ist oder eine schlechte. Ihr seht aber, es ist insgesamt tatsächlich nicht wirklich viel. Ich kann euch sagen, der visuelle Effekt von Selina wurde überarbeitet. Den müsst ihr euch mal anschauen. Aber ansonsten ist jetzt hier nicht so wirklich super Spannendes mit dabei. Was aber super spannend ist, dass leider alle eher, also mehr Änderungen für PvE hier, würde ich sagen, als für PvP. Im PvE wurde Alkosch überarbeitet. Und zwar gibt Alkosch ein aktuell 3000 maximale Durchdringung in Abhängigkeit von eurer Magie oder Waffenkraft. Man musste also als Tank in Richtung 3000 Magie und Waffenkraft hinarbeiten im Kampf, damit man seinen Ausdauerschadensausteilern die Durchdringung zur Verfügung stellen konnte. Das Ganze wird jetzt verdoppelt auf 6000. Man kann mit einem Tank durchaus 4000, 5000 Magie oder Waffenkraft erreichen. Es ist nur nicht so einfach und die Frage ist, ob es zielführend ist. Deswegen würde ich es persönlich cool finden, dass es jetzt so eine eigene Denkweise, auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich würde es mega cool finden, wenn sich dadurch ein Ausdauerspieler als Supporter etablieren würde. Dass man quasi einen Ausdauersupport-Spieler mitnimmt, der nah dran steht, bei allen Bossen, wo man da dran stehen kann. Und dann quasi den Damage macht, beziehungsweise man kann mit Alkosch übrigens auch sehr guten Schaden machen. Also es ist nicht allzu schwach, sage ich jetzt mal. Es ist nicht das Beste, aber es ist auch nicht allzu schwach. Und dann halt eben die Durchdringung zur Verfügung stellt. So könnten Marker-Spieler zum Beispiel tatsächlich zum Beispiel auf drei Teile mittel, vier Teile leicht gehen oder solche Kombinationen. Ich würde das eine ziemlich geile Kombination finden persönlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Vielleicht eine Idee. Ich denke nicht, dass es sich etabliert, aber wenn es so wäre, ich würde es cool finden. An dieser Stelle hier also die großen Änderungen oder die Änderungen bezüglich Fertigkeiten und Sets. Ich hoffe, ich konnte euch gut aufklären. Das Video ist tatsächlich nur eine halbe Stunde lang geworden. Wenn ich jetzt die kompletten Patch-Notes mit euch angeschaut hätte, dann wären es sicherlich eineinhalb Stunden gewesen. Ich habe mir gedacht, wir gucken uns das Ganze lieber im Spiel direkt an, anstatt uns das hier einfach nur durchzulesen. Und das waren jetzt die Sachen, wo ich manche Sachen nicht im Spiel zeigen konnte. Deswegen so ein Hybrid-Video. Die nächsten Videos gucken wir uns dann alle in Game an. In diesem Sinne, seid gespannt auf die zukünftigen Test-Server-Videos, die auf diesem Kanal erscheinen. Ich bedanke mich recht herzlich bei eurer Aufmerksamkeit hier an dieser Stelle. Vielen lieben Dank auch an meine Unterstützer. Ihr findet jetzt hier oben das letzte News-Video. Da gab es nochmal eine Zusammenfassung zu allen Änderungen, die mit dem nächsten Update 31 Waking Flames auf euch zukommen. Direkt darunter findet ihr meine aktuelle News-Playlist. In diesem Sinne, euer Lexus. Bis zum nächsten Video. Haut rein.